Düsseldorf, das Leid der Angehörigen findet kein Ende. Die Familien der Opfer der Germanwings-Katastrophe müssen die geplanten Beerdigungen verschieben. Grund, die sterblichen Überreste können nicht rechtzeitig überführt werden. Eigentlich war dies für den 9. und 10. Juni geplant. Doch dann erhielten die Angehörigen eine EMA der Lufthansa. Darin stand, die Rückführung der sterblichen Überreste musste aufgrund neuer behördlicher Vorgaben vorübergehend unterbrochen werden. Es sollen zum Beispiel Fehler beim Übersetzen der Totenscheine gemacht worden sein. Die entsetzten Angehörigen meldeten sich jetzt über ihren Anwalt, den Luftfahrtjuristen Prof. Elmar Gimula, in einem Brief zu Wort. Darin heißt es, Familien hätten bereits Vorbereitungen getroffen. Am 12. Juni sind die ersten Beisetzungen der getöteten Schülerinnen und Schülern in Haltern am See geplant. 16 Beisetzungen eine rasche Folge. Laut Brief haben die Eltern auch schon reagiert. Trauerbriefe werden von der Post zurückgeholt, Verwandte versuchen, Flüge und Hotelzimmer zu stornieren. Der Brief schließt mit dem Absatz, der Zorn und die Verzweiflung nehmen zu. Nicht nur, weil Lufthansa einen depressiven Piloten hat fliegen lassen. Nicht nur, weil Lufthansa die Depression bei den medizinischen Kontrollen nicht beobachtet hat. All das hat den Familien auf grausame Weise geliebte Menschen entrissen. Prof. Elmar Gimula zu Bild, für die Hinterbliebenen sollte es der physische Abschluss des ersten Kapitels in der Katastrophe sein. Viele Angehörige waren psychologisch auf diesen Termin fixiert und sind jetzt in eine emotionale Katastrophe geraten. Nach Bildinformationen soll Lufthansa-Chef Carsten Spoh eine interne Anweisung gegeben haben, dass der geplante Termin der Rückführung unbedingt einzuhalten sei. Gelman Wings Sprecher Heinz-Joachim Schätters zu Bild, Wir arbeiten an einer schnellstmöglichen Lösung, dass die Rückführung so bald wie möglich erfolgen kann.